Medien, Leidenschaft und Business bzw. Geld. Zehn Tage später waren die Verträge unterschrieben. Und am elften Tag war es beschlossene Sache, dass wir Profiboxer werden. Was ich in der Unterhaltungsindustrie gelernt habe, lässt sich eins zu eins aufs Boxen übertragen, weil es Showbusiness ist. Es ist vor allem eine Show. Ein Boxen-Promoter setzt zusammen eine Attraktion. Und du konstruierst ein Business-Deal über diese Attraktion, damit du Geld für die Leute, die teilzunehmen, und sie für dich selbst machen kannst. Es gab Fälle, wo ein großartiger Boxer mit einer tollen Persönlichkeit beschloss, auf den Promoter zu verzichten. Denn dann bekommt er mehr Geld. Er kann die Leute alleine begeistern. Er promotet sich selbst. Und genau das macht Jake Paul. Was geht? Hier sind die Paul-Brüder. Das Pay-Per-View für den Kampf auf diesem Kanal buchen. Auf geht's!